Was du da gerade schreibst? Ich schreib! Genau wie du, immer mit irgendwelchen Leuten. Nene, ich schreib nicht mit irgendwelchen Leuten. Na gut, dann muss ich warten, dass das Rezept noch mal so billig drin ist. Theoretisch nach dem Schwimmen müssen die ganzen Asset verkauft sein. Dann schon. Wenn sie nicht sogar jetzt schon verkauft werden sollen. Nein. Wie kriegt man die denn? Auch F in Inferno? Hm, wenn du 61 plus Items zersetzt. Verpiss dich du Heimerdinger, Schwuchtel! Oh, wir haben Xerath. Ja. Ja. Oh, wirklich? Da muss man auf. Oh, da ist Rammus. Der Jarvan hat so knapp überlebt. Fuck, he is mine. Oh, Alter, wie viele Heels sie raushauen? Fuck you. 40 Läden. 4, 3, 2, 1... Der hört dich. Der hört dich. Hä? Wer? Der hört dich. Mangel. Scheiße. Ich kick dir aus der Konfie, Alter. Das geht mir gerade so richtig auf den Sack. Äh, das geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Tschüss. Tschüss. Der hört dich. Das geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Der hört sich oben nicht auf den Sack. Das geht mir. und alle ist er das ist immer ist was wir kommen ich bin kein sicher doch ich habe mehr Rüstung und Magie Fassi wie du h das ist aber toll Schmidi Du hast schon wieder drin, ne? Ja, auch wenn ich eigentlich tauschen wollte. Mit wem? Mit dem Cannon? Nein, mit Annie. Ich habe sonst keinen. Mann, das Rezept war so nah, nur weil dieser Panam nicht geantwortet hat. Von der Kraft der Sternen. Ziemlich gutes Zeug kannst du dann herstellen. Geh weg. Ja, ich wollte es doch gar nicht haben. Ja, genau. Du hast schon so gierig drauf gestarrt. Ich habe es gesehen. Ach komm, ich will doch nur den Heimer treffen. Ich will immer alles nur. Muah. Wir sterben, Heimer. Who's there? Die Ulti kommt aber spät. Bisschen. Meine? Ne, Cannon. Meine. Die hat nicht einen getroffen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, falsch rum. Verdammt. Wirklich? Alter, diese Drecksbarriere. Ich will, dass der Skill rauskommt. Nein, wie wird da taunten? Gar keinen. Silence. Un-unstoppable. Un-unstoppable. No. Fail? Mal sagen, ganz schön Scheiße. Oh, ich habe keinen Mahname für... Hier, hinten. Hinten. Hier hinten. Ah ja, bleibt doch ganz gechillt, Alter. Ich dachte, da wäre ein Gegner oder so. Das ist jetzt auch ein Rambus. Ja, der ist gesitelt uns. Krieg ich mal, ne? Dankeschön. Da ist noch ein Rambus drin. Nein, der Fiora war da drin. Oh, kein Mahner. Niemals Mahner. Oh, shit. Und die ist ne geile Ulti. Oh, Gott. Da, deinen HC-Spot. Oh, endlich. Hier ist so... Naja. Ich wollte das Rezept haben. Mensch. Nur für dieses Rezept spiele ich Diablo. Ja, ganz bestimmt. Ohne Scheiß. Einen anderen Grund habe ich derzeit nicht. Mit der Zeit? Ja, und wenn ich das Rezept habe, dann farm ich für die Materialien. Damit ich das Zoll craften kann. Da! Irgendwas ist ein Falschen, den wir gerade angreifen. Da haben wir schon, oder? Nein! War der gemein. Ramping. Haahhaha. Eil. Holy shit. Komm, wir sind die beiden einzigen, die immer noch nicht gestorben sind. Ja, ich tanke die Scheiße auch. Ja, super Tank. Ja, mit Ulti schon. Da ist ein Java glaube ich drin, oder? Haha, der sturmt da rein. Oh, lol. Scheiß Speed up. Wie der auf einmal so ein Speed gepflegt hat. Ja! Keine Mana. Keine Mana. Ich auch nicht. Drei Sekunden. Oh, darf nicht mal was treffen? Egal, ich hab noch was für einen. Schlecht. Ja! Ich weiß nicht, warum hat der die Bar, der kann auch die Barriette da dann runter machen. Oh, shit. Oh, shit. Weißt du, sonst guck ich da immer nach, immer. Und jetzt natürlich nicht. Das erste Mal, wo man nicht nachschaut. Ja, schon öfter, aber... Egal, ich muss sie kaufen. Ich brauch Mana. Ja, geh zurück und kauf dir welches. Ach. Geh mal. Haha. Ich will schon gar nicht mehr fürs Leben haben. Ich bin bei der Gegend. Ich bin nicht brav. Ja. Nae. Nej. Ich bin nur getroffen. How ist das? um dort oh mein Gott um ihn das hier wer noch immer gerade geheilt hat dann kämpft hh wer kann hier gehen ich bin wohl hier als Fähigkeit 5.000 Volt ja auch wenn wir kennen wollen ich glaube er wollte ich das glaube ich nicht aber ich kenne vor dem Land schon ja dann da sind zwei Leute drin im Gras nein komm komm auch k und wenn ich bin nicht drin nützlos in Ahram so auch und ich kriege ihn zwei mal nacheinander noch ein Autoritz vor dem der Torte der Schilder das war ein Missklick der für mich Ich wollte mich. Stimmt. Ernsthaft mit drin kriegt man gar keine Kills. Du hast genauso viele wie ich. Ich bin mir weggesnackt. Ja. Ja. Voll fies. Ich bin mir weggesnackt. Ja. Voll fies. Die waren nicht auf mich. Hier ist es. Nein! Wer ist? Wo ist es? Holy shit, warum gehen die auf mich, Alter? Das ist ne gute Frage Weil du healen kannst Stimmt doch gar nicht Nice Schmau krieg keine Kills mit ihm Ha Ja OHHHHH SHIT Nein, er hat den scheiß letzten Kills Schade Naja 6-0-30 Lüg nicht rum, du musst sterben, los, geh Nee Aber hallo, ich werd dir jetzt den scheiß safe, komm Wir sterben Ah, warum will er nicht? Gut, dass du es vorher gesagt hast Killing Spree By the power of the stars Oh fuck Ahaha Ah, fail Jetzt geht er auf dich Nee Glaube ich nicht Ahaha Geh weg Gib mir Gib mir Oh Gott Serat Nehmt den Serat Nein Nein Die Minions finischen eh schon fast Erstmal mich healen, damit ich eigentlich sterbe Geh weg Geh weg Alter, das ist meine Geh weg Geh weg Na gut, dann kehren wir mal den Rammus Na gut, dann kehren wir mal den Rammus Geh weg Da nicht Oh Gott, jetzt will er auf mich Ey, du bist so ein Wichser Ey, ich bin's geil Weiß, weiß, weiß Weiß Verdient der Tod Ja Ja Wir haben Wir haben